herzlich willkommen zu diesem video mein name ist christoph und heute beschäftige ich mich mal mit dem thema ob man text maker von soft maker als ersatz für microsoft wird verwenden kann gerade wenn man mit den gedanken spielt eventuell mal auf linux zu wechseln obligatorisch wie immer wenn euch das video gefällt dann könnt ihr es liken und wenn ihr noch kein abo habt dann macht doch ein abo wenn ihr zunächst video benachrichtigt werden wollt dann benutzt bitte noch das glöckchen im rahmen der letzten videos wie man den linux im arbeitsleben einsetzt kommt natürlich ganz schnell das thema auf wie sieht es denn mit meinen dokumenten aus oder beziehungsweise wenn ich mit anderen zusammen arbeite die mit wird noch arbeiten kann ich denn die dokumente form echt irgendwie unter linux öffnen so erstens haben wir unter linux nicht nativ microsoft office zur verfügung und das zweite ist man will es ja auch gar nicht haben wenn man denn den wechsel zu linux macht da kommt natürlich immer als erster vorschlag libreoffice einzusetzen ja wenn man selbst damit arbeitet und vielleicht sein gegenüber auch mit libreoffice arbeitet ist das kein problem lieber office funktioniert tadellos und hat auch wirklich alle funktionalitäten die man so benötigt aber das haupt problem ist libreoffice öffnet nicht microsoft wird dokumente form echt vor allem nicht wenn irgendwelche speziellen elemente da drin sind also freie schwebbare texte oder frei positionierte bilder dann ist das dokument in der regel leicht verschoben bis ganz stark verschoben schlimmer ist es sogar noch bei microsoft powerpoint dateien die wenn man die in libris office öffnet das ist meistens eine völlige katastrophe in diesem zusammenhang bin ich halt mal auf soft maker gekommen weil soft maker halt sehr sehr weit form echt bleibt mit ein paar kleine einschränkungen ich öffne mal den text maker von soft maker man sieht das sieht erstmal grundsätzlich relativ ähnlich von der oberfläche zu microsoft office aus was halt natürlich auffällt ist dass hier oben ein paar menüpunkte fehlen es fehlt auch eine cloud anmeldung und so ein paar kleinigkeiten fehlen halt im ersten check muss ich sagen alle wichtigen funktionen also die funktionen die 99 prozent aller nutzer brauchen sind in text maker drin sind ein paar kleinigkeiten wo ich sage okay zum beispiel wenn man sehr viele große berichte schreibt dass man halt hier diese diese entwurfs möglichkeit nicht hat dass man vorgefertigte blöcke sozusagen einfach so formatieren kann dass man layout vorgefertigt das heißt überschriften haben immer die größe die schriftart und solche sachen das lässt sich nicht ganz so schick in text maker nutzen um jetzt mal so in form echtheit test zu machen habe ich mal ein wildes dokument erstellt das will ich hier mal öffnen aber das ist jetzt nicht was hübsches oder schickes aber es geht darum die wichtigsten sachen mal zu zeigen man sieht hier ich habe hier bilder in einem text rahmen also das heißt das ist ein eingefügter frei positionierter text rahmen eingefügt in das wird dokument den text haben habe ich hier zum beispiel ganz an den rand geschoben dann habe ich hier noch ein zweites bild ist auch frei positioniert hier fehlt an dem text rahmen der rahmen also hier ist ein rahmen drumherum hier ist kein rahmen hier ist auch ein text rahmen mit rahmen und hier ist im prinzip jeweils auch noch mal ein rahmen mit text rahmen so dann habe ich hier formen drauf positioniert damit man auf dem bild hat einfach mal sieht ob sich das in irgendeiner form hier verschiebt und hier ist eine sogenannte überschrift mit wird art also dass diese hier genau wird also das sind diese vorlagen sozusagen die man hier benutzen kann das gleiche dokument öffnen wir jetzt mal in text maker ich habe das mehrmals abgespeichert damit man keinen konflikt bekommt so und dann sehen wir hier dass wir dass die position des bildrahmens so geblieben ist die pfeile die sind auch relativ gut an den positionen geblieben wo sie wo sie sein sollen ja das einzige was hier also unten die rahmen das passt alles das einzige was hier auffällt ist zum beispiel dass der nicht diese überschrift halt mit der formatierung übernommen hat also er hat jetzt einfach das in reinen text ohne diese spezielle wird art formatierung übernommen das heißt jetzt natürlich nicht dass text maker nicht auch so ein element hat aber es ist halt nicht kompatibel das heißt wir gehen jetzt mal hier irgendwo auf eine freie position und gehen hier auf einfügen und dann haben wir hier auch ein punkt text ob art objekt das ist im prinzip das adäquat zu den wird art geschichten also zu dem hier und dafür einfach mal jetzt hier eins ein lassen wir gleich den text und natürlich müsste man das dann noch mal formatieren aber im prinzip ist dass das äquivalent zu diesen wort art geschichten auch das verknüpfen von textfeldern wenn man zum beispiel in spalten arbeiten wird das ist ein wird grundsätzlich erstmal ein problem man kann zum beispiel hier nicht so ein textblock sagen okay ich will das in zwei spalten haben das kann zum beispiel libreoffice sehr gut das macht man halt in wird mit extrahmen die man frei positioniert und dann kann man die halt verknüpfen dass der text sozusagen in einem folgenden textfeld einfach weiter geschrieben wird das funktioniert super zusätzlich kann text maker das was wird nicht kann aber halt lieber office kann auch einen text der so besteht in spalten darstellen also man kann mir 23 links rechts formatiert das in einem spalten format machen wenn man jetzt in docx das natürlich abspeichert in wird kommt das dann wieder in der alten formatierung also diese formatierung wird in der docx formatierung nicht unterstützt grundsätzlich muss man aber sagen wenn man mit text maker jetzt irgendein dokument abspeichert und das ein bisschen aufwendiger layoutet ist funktioniert das tadellos dass das unter wird auch wirklich sauber ohne verschiebungen geöffnet wird vorausgesetzt die schriftdaten sind auf dem anderen system natürlich auch identisch installiert funktioniert das von der bedienung her muss man sagen ist text maker intuitiver als libreoffice also das menü sind es einfach sinniger angeordnet teilweise würde ich sagen sind sogar besser als unter microsoft office unter microsoft office sind die ribbon bars ja oben teilweise mit sachen überladen die man gar nicht benutzt was man nicht hat in text maker was auch nicht übernommen wird sind halt dieser punkt zeichnen das ist eine sache die ist in den letzten ein zwei versionen irgendwie dazugekommen bei microsoft office das heißt an ihr frei auf dem blatt funktioniert ja jetzt irgendwie falsch angekriegt also das wird natürlich in text maker nicht übernommen weil es diese funktionen in text maker nicht gibt was sehr gut ist sind diese zeichen vorlagen also das funktioniert tadellos dass man sagt zum beispiel man kann irgendetwas einfach mit knopfdruck so formatieren wie man das haben möchte man kann da auch eigene sag ich mal konfiguration noch mal hier vordefinieren auch solche sachen wie qr code hinzufügen wenn man jetzt hier auf einfügen geht und sagt ok qr code ja dann link oder mail oder irgendwas man kann auch barcodes machen sehr gut integriert ist total intuitiv finde ich die größten unterschiede gibt es eigentlich wenn man serienbriefe erstellen will beziehungsweise sind eigentlich keine unterschiede die bedienung oder die erstellung die ist sozusagen ähnlich wie bei microsoft office und auch ähnlich wie bei libreoffice das was hier nicht geht ist dass man eine datenbank findet eine sogenannte odbc datenbank msql oder irgendwelche anderen quellen die man unter microsoft office eher nutzt also zum beispiel auch ms erstes was geht sind halt sql lite dbdb3 dbf datenbanken das sind halt datei basierte datenbanken dann planmaker dateien das ist das äquivalent zu excel excel dateien selber und text und csv dateien also man kann jetzt nicht einfach irgendeine datenbank die man im system hat anhängen und sagen ich nehme ja aus dort aus einer tabelle oder aus einer abfrage die daten das kann textmaker nicht hier muss man dann beim umzug wenn man jetzt sozusagen zu textmaker oder planmaker oder halt allgemein zu den softmaker produkten gewechselt hat halt ein bisschen umdenken und erst mal die daten entsprechend aufbereiten falls man sehr sehr viel diese serienbrief funktion verwendet hat positiv ist uns sehr aufgefallen dass dass der textmaker wirklich sehr stabil läuft das ist leider gottes nicht bei allen office paketen immer so es ist auch nicht so rege wie microsoft office microsoft office wenn man das bisschen auf leistungsschwächeren rechnern benutzt ist manchmal durch die wucht also diese größe und schiere funktionsumfang oder so ist es manchmal wirklich langsam und träge und kann auch mal hängen wenn vom arbeitsspeicher nicht ganz so ist libreoffice ist auch super stabil inzwischen also und der funktion umfang ist auch sehr gut und man kann damit auch sehr gut arbeiten wie gesagt da ist es wegen der formechtheit ausgefallen aber wir haben auch viele andere produkte und schon mal angeschaut und meistens hat es uns dann bei der stabilität halt geschockt also wenn man große dokumente mit vielen bildern drin hat oder auch bei planmaker zum beispiel also oder 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 excel sheets oder so die bisschen größer sind da war die stabilität ganz oft das hauptproblem also entweder ist die software hängen geblieben während des arbeitens oder wir hatten das problem dass es sogar regelmäßig abgestürzt wird das war zum beispiel so ein problem bei libreoffice früher auch ist aber in den letzten zwei drei jahren in den versionen dann nicht mehr so aufgefallen natürlich für einen power user kommt man nach wie vor nicht an microsoft office dabei also gerade wenn man mit exorbitant verknüpften dokumenten arbeitet was sehr sehr viele referenten gerne machen oder wenn man zum beispiel ein analyst ist und halt massendaten in excel in irgendeiner form auswertet oder so da kommen alle produkte die wir bis jetzt getestet haben bei weit nicht ran das geht schon bei der anzahl der zeilen die in einer tabelle sein können anzahl der spalten anzahl der formeln da sind die grenzen von den meisten softwares relativ schnell erreicht bei plan maker und soft maker und bei diesen produkten habe ich das noch nicht so ausgewicht getestet aber in meinen umfang also die sachen die ich für mich verwende die auch manchmal schon ein bisschen komplexer sein können war es bis jetzt stabil als fazit kann ich dazu sagen wenn man jetzt den schritt zu linux wagt und sagt okay ich brauche aber ein ordentliches office produkt dann ist soft maker office auf jeden fall ein sehr sehr guter kandidat auch wenn es jetzt nicht open source ist und auch nicht kostenfrei ist würde ich das auf jeden fall empfehlen zu nutzen da kommt natürlich gleich ein aber von den eingefleischten linux janern da ja soft maker office kein open source ist das ist aber nicht unbedingt für jeden die prämisse wenn er auf linux umsteigen will die haupt prämisse derzeit wird ja wahrscheinlich sein dass dieser penetrante cloud zwang diese penetrante nerverei mit microsoft office mit der cloud zu arbeiten und natürlich auch die aktuelle agb wo microsoft sich einfach das recht heraus nimmt alles auf dem rechner analysieren zu dürfen ob sie es machen mal dahingestellt aber sie dürfen das laut agb will nicht unbedingt jeder und nun kommen wir mal zu den preisen oder zu den ganzen versionen von soft maker office es gibt auch noch eine kostenlose variante die nennt sich free office aber auf die gehe ich jetzt nicht ein ich selber persönlich habe mir die soft maker nx universal gekauft oder gemietet weil ich habe ja die große version als mietversion genommen im prinzip gibt es zwei versionen die in einer mietversion laufen das ist dieses nx home und nx universal dann gibt es noch das soft maker office als kaufversion einmal als professional und einmal als standard version preise sind ok 130 euro für die professional da fragen sich natürlich viele weil vom vom programmumfang ist es ja im prinzip wie ein home in student aber im gegensatz zu home in student kann man die soft maker professionell auf bis zu fünf computern installieren soft maker office gibt es für windows mac und linux die standard gibt es da auch die mietversionen die gibt es dann auch noch für ios und android die sage ich mal der funktionsumfang auf den mobilgeräten der ist auf jeden fall besser als von den microsoft produkten finde ich persönlich zumindest auch die bedienbarkeit finde ich besser der funktionsumfang auf den mobilgeräten ist im prinzip kaum weniger oder eigentlich ist der identisch wie in den desktop version so was haben wir drin wir haben einmal text maker plan maker und präsentation drin basic maker ist um makros zu schreiben und dann haben wir die rechtschreibprüfung in 20 sprachen im standard drin so bei den größeren beiden version das sind jetzt die mittleren haben wir dazu noch eine erweiterte rechtschreibprüfung mit dudenkorrektor dann haben wir die verknüpfung zu online portalen wie geht los mit wikipedia oder halt spezielle lexika oder duden oder andere sachen die integriert sind dann haben wir eine integration für zortero für wissenschaftliche dokumente wir können im epub format dokumenter rauswerfen das ist gerade für die interessant die dann texte schreiben die sage ich mal auf ebook readern konsumiert werden so gruppenrichtlinien objekte sind für die meisten jetzt nicht so interessant das ist dann eher im firmennetzwerken von interesse damit man sozusagen voreinstellungen und berechtigungen und andere sachen über die gruppenrichtlinien an die rechner verteilen kann so dann gibt es schon den ersten unterschied zwischen den größeren versionen das ist zb die erweiterte textanalyse für bessere deutsche texte dann haben wir sozusagen die l unterstützung für die übersetzung das ist halt nicht so dass da irgendwas vom hersteller benutzt wird wie der bing translator innerhalb von microsoft office sondern die nutzen im prinzip ein fremd system dafür was richtig cool ist ist die integration in chat gpt deshalb wahrscheinlich auch die miete weil chat gpt ist ja nicht völlig kostenfrei zumindest nicht in allen varianten und das wird dann wahrscheinlich über dieses mit abgebildet also über die miete mit abgebildet 2500 hochwertige schriften ja vorwiegend werden sich das wahrscheinlich um google von zellen habe ich jetzt noch nicht so kontrolliert oder halt noch ein paar andere die irgendwo frei sind ein erweiterter frontmanager ist natürlich klar weil die 2500 schriften will man ja nicht unbedingt immer alle sofort installieren sondern muss es eine komfortable verwaltung dafür geben so preis klar die kleine mietversion ist 30 die ist sozusagen technisch erstmal identisch wie die kauf version standard oder halt hier der einmalige kauf von der professional für 130 euro oder halt die mietversion in der professionelle variante in mit 50 euro warum ich mich vorwiegend für die software office nx universal entschieden habe ist die chat gpt integration gut man muss es ein bisschen lernen damit umzugehen aber das was mir sehr gefallen hat ich zeig das mal hier ganz kurz gibt man hier drauf smart chat und kann man jetzt möchte sagen ich will einen artikel schreiben ist das relativ einfach ich habe mir mal so weiß ganz grobes vorbereitet also man schmeißt ja einfach wenn man keine ahnung hat texte zu schreiben so was rein einen herzlichen brief zum geburtstag und danke für söhne alles etwas aus sich gemacht trotz aller widrigkeiten immer eine gute mutter ja ich bin ja das ist jetzt ganz hässlich und plump mutwillig sogar und dann sage ich will jetzt einen lockeren brief zum geburtstag haben aber man kann jetzt noch sagen ich will jetzt einen kurzen mittel oder lang haben könnte man die sprache noch anstellen und formalitäten könnte man jetzt auch noch aussehen aber wir machen jetzt mal auf auto und dann sagen wir einfach mal artikel schreiben das ist jetzt nur ein beispiel man kann auch professionelle briefe oder so damit zumindest eine vortage machen so jetzt haben wir aus versehen irgendwie was verkackt weiter das in deutsch das hat wahrscheinlich gbt gerade eben ein bisschen verrissen so jetzt aber was so und da kann man das einfach sagen einfügen und dann hat man den text schon drin ich mache jetzt mal denn das ein bisschen größer und ich sage dafür dass ich da im prinzip kaum irgendwelche informationen reingeschrieben habe ist das ein richtig gutes ergebnis man könnte jetzt auch sagen okay ich will es ein bisschen professioneller haben da kann man ja noch diese parameter da einstellen wer sich mit gbt schon mal mit der kostenlosen variante da auseinandergesetzt hat gemerkt dass es da sage ich mal nicht unbedingt super ergebnisse immer rauskommen in der professionelle variante gibt es da wesentlich bessere ich habe das auch schon getextet also probiert dass ich sage ich würde eine vertragsvorlage stellen da schreibt man da einfach ein ein entwurf für einen arbeitsvertrag machen wenn man auf deutsch stellt weiß gbt auch okay es soll jetzt für jemand deutsches sein und dann kommt das oder ich will eine eine vorlage haben für irgendwie so eine konzept vorlage oder irgendetwas weil ich was bauen möchte oder in pflichten hebt erstellen dass man da immer noch nachbessern kann und vielleicht auch sollte ist ein anderes ding aber sag ich gefällt mir sehr gut so das war's nun für heute war ein bisschen länger geworden das video länger als gedacht ich hoffe es hat trotzdem gefallen über ein like ein abo würde ich mich freuen und wie gesagt das glöckchen nicht vergessen falls ihr zum nächsten video erinnert werden wollt tschüss bis zum nächsten mal euer christoph